Hallo und herzlich willkommen zu dieser Excel-Hilfe. In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach Kalenderwochen aus einem Datum ermitteln kannst. Egal, ob du es für die Projektplanung, Reporting oder persönliche Organisationen benötigst, Kalenderwochen sind ein sehr praktisches Hilfsmittel, um Termine und Aufgaben effizient zu strukturieren. Wir sehen uns das in wenigen Schritten an, kurz und knapp und auch, welche Formel du benötigst. Ich habe nun ein neues Arbeitsblatt erstellt. Dann werde ich als ersten Schritt nun ein paar beliebige Datumswerte einfügen. Beginnen wir mit dem 01.01.2024 und selektieren oder geben den kompletten Januar an. Als nächstes möchte ich nun von diesem Datum, welcher in der Spalte B nun vorhanden ist, möchte ich in der Spalte C die entsprechende Kalenderwoche mir ausgeben lassen. Diese kann ich ja in weiterer Folge verwenden. Dazu stellen wir uns mit dem Cursor oder mit der Selektion auf die Zelle C4 oder auch neben dem Datum. Geben das ist gleich an. Und als nächstes können wir nun mit der Eingabe Kalender die Kalenderwoche auswählen als Funktion oder auch die ISO-Kalenderwoche. Sehen wir uns zunächst die Kalenderwoche an und diese benötigt nun eine Eingabe. In unserem Fall entspricht das das Datum. Und als nächstes können wir noch eine genauere Selektion vornehmen. Und zwar, ob der Wochenanfang der Sonntag sein soll, der Montag oder der Donnerstag, Mittwoch, wie auch immer. In unserem Fall möchte ich, dass die Kalenderwoche mit Montag beginnt. Deshalb selektiere ich hier die 2 und erhalte nun für den 1.1. die Kalenderwoche 1. Als nächstes kann ich das entsprechend nun für alle Datumswerte durchführen und erhalte entsprechend nun die Kalenderwochen. Genauso kann ich das mit den ISO-Kalenderwochen machen. Hier ist es ebenfalls die folgendweise ISO-Kalenderwoche und gebe dann entsprechend das Datum an und habe hier wiederum entsprechend die Zahlen. Wenn du Fragen zu Excel oder anderen Themen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung und unterstütze bei Projekten. Ich freue mich immer, wenn ich mein Wissen in spannenden neuen Themen oder Herausforderungen einbringen kann und du kannst unter diesem Video die Kontaktanfrage ausfüllen und ich erhalte entsprechend eine E-Mail. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir weiterhelfen konnte und wünsche mir, dass du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg! Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!